ja heilen Leute wieder zurück heute die Auflösung der Verlosung von MuxQF ja es haben sich schon viele hier eingetragen ja auch nochmal über MSG danke dass ihr das wieder angeschaut habt ja ich möchte damit den Gewinner bekannt geben das wäre nämlich der 2nd Tracest D herzlichen Glückwunsch nochmal an dich du sollst mich dann anschreiben wenn ich on bin auf MuxQF eben weißt du mich eben daraufhin auf die Verlosung ja ähm wie gesagt jetzt muss man dich ja was mich jetzt macht es mir egal ähm ja wie gesagt dann schreibt es mich nochmal an ja die nächsten Videos folgen ja dann und ja auch mehr Verlosung ja würde mich über ein Abo freuen like ja also wie gesagt dann nochmal dass ihr euch angemeldet habt ja und weiterhin auch meine Videos schauen werdet ja und eigentlich mehr habe ich nichts zu sagen falls ihr euch das Video gefallen und abonnieren ja würde mich freuen also bis später